ARD Text im Auftrag von Funk Finde ich geil Test Ich nicht, ich finde es nicht so geil Boah, voll der Blitz draußen, du musst so ein Gerät Ja, na, ja, klar Ja, na, da rutscht dann noch den Hobbel runter Der Knubbel ist zum Knubbel da Boom, Headshot Lol, du kannst ja bis zum Spawn wieder fliegen, wenn du das verkackst Ich bin oben rechts in die Ecke, unten links rein und denke direkt Boah, geil Skill Merkst du, ich habe jetzt schon wieder verloren What the fuck Jannis Was war das denn bitte Wir haben uns auf dem Weg, ich kann nicht schießen Oh nein, wer macht er? Ja, komm, ich net bin Ja, perfekt Könnt sogar was werden Boah, eingelacht Boah, eingelacht Wo ich mich zurücksetzen habe, lassen müssen Und hole den One, hole den One, hole den One, hole den One Was? Das wäre Nur noch rausgegangen Ja, ja, ich habe es in Eins Ja, easy, ne? Ach du Scheiße Einfach mal drauf Ne Yes Ich habe meine Tastatur gespuckt Was, was ist das? Jannis, Geduld 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 Geduld, mein Freund Geduld Ja Es steht 521 Nicht schlecht für mich Nein Das war falsch Nein Hä Das war eigentlich voll gut Ja, eigentlich schon Oh, nee Hab Gemacht Jawohl Nein Du hast es gepackt Natürlich Dieter Skill, Janis Skill Welcher Skill? Weißt du was? Das ist drin Das ist doch nicht anscheinend ernst, oder? Uh, da könnt ihr reingehen Ja, genau so ist man auch rein Ey Im vierten Ach du Scheiße Ich glaube die Map habe ich mit Philipp schon mal gespielt Nicht mit dir Auch das hier kommt mir bekannt vor Ja, mir auch Oder es gibt es doch auch noch schön Weil das ist möglich Das ist doch ganz schön knapp Aber es ist runtergeflogen Bist du gerade runtergeflogen? Ja, finde ich Ja Jetzt würde ich nicht mehr so viel Schwung geben Ach, blau Ich warte jetzt einfach bis du kommst Und mich Bis ich was? Bis du vorbeikommst Okay, ich muss erstmal raus Wie hast du denn nicht geschwungen? Uh, das ist auch knapp Nein Oh, schade Hi 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 Du bist so ein Lappen Verkackt Und ich war gar nicht so selber Hahahaha Witzig Das kommt mir jetzt aber weniger bekannt vor Hallo, geschafft Oh, der liegt gut Ja, 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 ja Jawoll, jawoll, jawoll Hi Das war easy Oh, yeah Das ist ein Ausrat noch recht Yes Pfff Stupst mich Angestupst Ach du Scheiße Oh, das war ein Millimeter zu weit Oh, ich bin da zu knapp anerkannt Oh, das kotzt mich an Bye Birdie, 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 birdie Ach du Scheiße Ach du Kacke Wow Was hast du gerade? Ich bin auf irgendeine Ecke hingeblieben Ich habe so Lappen 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 Ich sehe es Ja, ich wollte nur eine Chance lassen Ja, ich bin noch am ersten Platz Oh, ich bin noch am ersten Platz Oh, ich bin noch am ersten Platz Ja Oh, na kannte Sofortlappen Und 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 Ah, ich bin noch am ersten Platz Ah, das war nicht Das war nicht Selberlappen Uuuups 3 5 Wenn das das ist ärgerlich drei punkte nur abstand wo geht es an das erinnere ich mich das war aber immer da wo wir hängen geblieben sind oder was ist er immerhin geblieben ich sehe nicht wo ich hinspielen muss ich werde es garantiert nicht schaffen ich hab's doch mal diese scheiße ja gar nicht mal wohin ich hier ja 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 nein nein ich bleib mal hier so stehen ne das war skill und so geplant war das auch geplant so knapp dann bin ich ein bisschen zu weit geflogen ja gut in drei wenn ich gut bin schaffe ich das auch noch in drei wenn ich mir die würde würde ich musste oben treffen du bist ganz schön scheiße janis doch ich schon nicht kacka bist du das was ich auf meinem bowling gut getroffen warum setzt du dich zurück ich hab dich nicht zurück gesetzt was ja ich bin da so stehen geblieben boah ich setz mich jetzt auch nicht zurück pass auf so ein blitz warum hast du denn das loch eingeschossen hinter dir auch weiß ich nicht ich ziehe weiß ich nicht du mein Lappen bist weiß ich nicht aber weißt du was du bist ein waschlappen du hast staub an dir du Lappen ah geil ich hab mich nach oben geboostet boost wie? nein ich bin wieder genau da angekommen wo ich war ja das war nicht besonders schlaue höhen das hat es gebracht du hast ja das 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 Ach du fachst? Wolls!